Meine Geschwister im Islam, alles Lob gebührt am Wort der Dunja. Es geht sich um Dinge, liebe Geschwister, die der Muslim verlangt, aber vielleicht selbst nicht versteht. Er verlangt es von Allah Azza wa Jal und wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn auf diesem Weg richtet oder auf diesem Weg bringt, ist der Muslim undankbar diesbezüglich. Liebe Geschwister, rede ich von dem Muslim, aber auch, der fünfmal Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, der es verstanden hat und sich niederwirft und nicht zu hochmutig ist gegenüber Allah und sagt, ich werfe mich nicht nieder. Schau mal, Abhi, in Surah Ar-Rahman und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch, dass Steine, der Sterne, der Bäume sich Allah niederwerfen, dass sich Allah subhanahu wa ta'ala ergeben. Was ist mit dem Mensch, Achi, der sich Allah subhanahu wa ta'ala nicht ergibt? Ist das keine Hochmut gegenüber Allah? Obwohl Allah ist derjenige, der uns versorgt. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der uns nach dem Schlaf wach werden lässt. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, wenn wir die Nahrung in uns nehmen, uns dieses Sättigungsgefühl fühlen lässt. Das machen wir nicht selber, liebe Geschwister. Nun schau mal, Abhi, der Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Der Diener Allah, der wahre Diener Allahs. Weil Diener Allahs sind alle Makhlukat. Alle Beschäpfe sind Diener Allahs. Weil sie alle Allah geben, sie Leute, schwache und starke Leute, reiche und arme Leute, Ärzte und nicht gebildete Leute, gebildete Menschen und Menschen, die nicht so viel davon haben. Viele Menschen, Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene beten Allah subhanahu wa ta'ala. Oder sagen wir, Jugendliche und Erwachsene, Leute, die Verstand haben, sie beten Allah subhanahu wa ta'ala. Und die sagen in ihren Gebeten, ein Satz oder mehrere Sätze, was verlangen ist, aber sie selber nicht ehrlich dazu sind. Zum Beispiel, sie sagen, Iyyaa ka na'abudu wa iyyaa ka nasta'in. Guck mal, Achim, eine Ayah von Surah Al-Fatihah. Einen Vers, den wir öfters in unseren Gebeten rezitieren. Weißt du, was du verlangst, Achim? Wenn du sagst, Iyyaa ka na'abudu wa iyyaa ka nasta'in. Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Weißt du, was du verlangst, wenn du diesen Ayah von Allah, wenn du Ayah, diese Ayah zu Allah sprichst. Weil wenn du dich vom Gebet stellst, Achim, sprichst du zu Allah subhanahu wa ta'ala. Oder rezitierst du einfach etwas Auswendig Gelerntes. Oder sprichst du etwas Auswendig Gelerntes. Die Frage ist, die sich jeder stellen muss, wenn du vor einem Chef stehst, wenn du vor einer Persönlichkeit stehst, wenn du vor einem König stehst, wenn du vor einer Person stehst, die einen Status in diesem Leben hat, und du sprichst zu dieser Person, würdest du zu diesen Menschen sprechen, Auswendig Gelernte Dinge, die du selber nicht verstehst oder die du selber nicht so meinst? Oder würdest du ernsthaft mit ihm reden? Der Junge, der in der Schule ist, muss ernsthaft mit seinen Lehrern reden, mit seinen Lehrern reden. Das ist eine Tatsache. Der muss ja, der kann nicht sich da hinstellen und irgendeinen Flachs erzählen und irgendeine Dinge erzielen, die nicht stimmen, die der nicht selber glaubt, die der nicht vorhat zu tun, Dinge, die der nicht mehr weiß, nicht mehr versteht. Er gibt nicht wieder einen Roboter darin, stellt sich davor und er zählt auswendig gelernte Dinge. Er vorbereitet sich, er weiß, was er redet, er weiß, was sein Ziel ist, er weiß, was er verlangt. Jetzt steßen wir vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ach, im Gebet stehen wir vor Allah, azza wa jal, vor Allah subhanahu wa ta'ala, der alles erschaffen hat, vor Allah subhanahu wa ta'ala, der niemanden von uns braucht. Vor Allah subhanahu wa ta'ala, achi, wenn du von Allah berichten würdest und alle Bäume Schirrte machen würdest und die Meere zu dem Tag und das würde alles rausgehen, du könntest weiter von diesem Herrn berichten, von diesem Herrn erzählen. Wir stehen wie vor Allah, du sagst Allahu Akbar und du stehst vor Allah, dem Gott der Menschheit, achi, der dir das Leben gegeben hat, als du im Bauch deiner Mutter warst, der dir das Sterben geben wird, wenn du von dieser Erde gehst und jeder wird von dieser Erde gehen. Du stehst vor Allah, dem alles gehört, alles gehört ihm, achi. Und nichts, nichts, aber gar nichts auf dieser Erde oder in dieser Schöpfung, ehre diesem Herrn. Und du sprichst zu Allah, dem König der Könige. Allah wird, achi, wenn er die Erde vernichtet, wenn Jungs im Tag kommt, wenn Yom al-Qiyama, Yom al-Akhira kommt, wird er die Himmel zusammenrollen, wird alles vernichten, und dann wird er sagen, ich bin der König. Wo sind die Könige in der Erde? Wo sind die Menschen, die so mächtig waren? Wo sind die Menschen, die über andere Menschen geurteilt haben? Wo sind die Menschen, die Respekt bekommen auf andere Menschen? Wo sind sie nun, wenn Allah subhanahu wa ta'ala alles vernichtet hat? Diesem Herrn, von diesem Herrn stehst du. Von diesem Herrn stehst du, achi. Und du redest und sprichst zu Allah und du verstehst nicht, was du redest. Du stehst vor Allah und du weißt nicht, was du verlangst. Du stehst vor Allah subhanahu wa ta'ala und du lachst währenddessen. Du stehst vor Allah subhanahu wa ta'ala und du denkst vielleicht an Sünden währenddessen. Du redest mit Allah und du nimmst es nicht mal ernst. Nicht mal ernst nimmst du das Gespräch zu dem, der dir alles gibt in diesem Leben. Alles! Alles! Dein Verstand, deine Gesundheit, dein Stehen, dein Gehen, dein Sitzen, deine Art und Weise zu sprechen. Er kann dir alles in einem Tag nehmen. Dein Sehen, achi, deine Sicht, dass du nicht blind durch die Straße gehst, dass du gehen kannst. Schau mal, achi. Und du stehst vor diesem Herrn und verlangst Dinge, die du nicht verstehst oder du verlangst Dinge, die du nicht meinst. Du sagst, dir allein dienen wir und trotzdem dienst du Allah nicht allein. Al-Ibada, liebe Geschwister, Al-Ibada, dieses Wort hat Bedeutung. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht befohlen, allein zu dienen ohne Sinn. Allah sagt, warum er khalaktu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Schau mal, der Sinn, achi, der Sinn, warum Allah uns erschaffen hat überhaupt, ist, dass wir ihn dienen. Kann es sein, dass wir damit seinen Ibada so umgehen? Kann es sein, dass Allah eine einzig, alleinige Ibada für sich verlangt und wir mit ihm so umgehen und wir allah teilen, wie wir ihn möchten? Warum hat er Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zu uns geschickt, zu den Menschen, zu der ganzen Menschheit? Als ein Wahner, als ein frohes Botschafer. Damit er uns beibringt, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen haben. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, 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 er sagt, sprich zu Mohammed, sagt er zu Mohammed, der soll das zu wem sagen? Zu uns, zu den Gläubigen. Der sagt, sprich, oh Mohammed, sag zu ihnen, wenn sie Allah lieben, so sollen die dir folgen, lieben wird sie Allah. Wenn sie Allah lieben, so sollen die dir folgen, in der Aya sind gemisst, und wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, damit ist der Prophet Mohammed subhanahu wa ta'ala gemein, lieben wird euch Allah und eure Sünden vergeben. Schau mal, ganz einfache Dinge. Doch der Mensch kennt den Prophet Mohammed a.s. nicht. Der Mensch folgt dem Prophet sallallahu wa ta'ala nicht. Der Mensch kennt nicht mal, der Muslim kennt nicht seinen Namen. Der Muslim hat vergessen, wie der war, der Prophet Mohammed sallallahu wa ta'ala wa ta'ala, der Muslim bevorzugt Benehmen anderer. Das hat das Benehmen des Propheten Sallallahu wa ta'ala, der hatte das Beste Benehmen. Der Muslim bevorzugt andere Richtungen. Das hat die Richtung des Gesandtes sallallahu alaihi wa ta'ala, schau mal, wir haben abdol und halb. Ich habe eben gesagt, die bevorzugte Schöpfung hat Allah geschickt. Und was machen die Menschen? Folgen andere Dinge. Behaupten aber, dass sie Allah dienen. Behaupten aber, dass sie verstehen, oder sie verlangen Dinge von Allah. Nur eine Ayah, achi, kuma, von Sura al-Fatiha. Lass uns nicht über die ganze Sura sprechen. Wenn es weiterkommt, du sagst, du verlassst von Allah den geraden Weg. Sirat al-Mustaqim, achi. Du sagst, Allah, gib mir den geraden Weg. Weißt du, dass du das im Gebet sagst, mein Bruder? Weiß ich besser, dass sie das im Gebet sagt? Wenn wir beten, wissen wir, dass wir zu Allah sagen, dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Gib uns den geraden Weg oder gib mir den geraden Weg. Weißt du, was du verlangst oder weißt du nicht, was du verlangst? Hast du überlegt, was ist der gerade Weg? Ist der gerade Weg der gerade Weg diskogen? Ist der gerade Weg Drogen nehmen? Ist der gerade Weg rauchen? Ist der gerade Weg alles zu tun, was gegen den Islam ist? Ist der gerade Weg nicht den Propheten zu kennen? Ist der gerade Weg nicht dem Propheten zu folgen? Ist der gerade Weg kein Wissen über Islam zu haben? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Du verlangst von Allah doch den geraden Weg. Was tust du dafür, aber den geraden Weg zu finden? Oder ist es wiederum wieder so, dass du verlangst die Dinge, die du nicht verstehst oder die du gar nicht so meinst? Und du machst das nur, weil das im Gebet ein Teil ist und du dann mit deinem Gebet vervollständigst. Für jeden von uns stellt sich diese Frage nichts davon. Weiß ich, was ich verlange von Allah? Meine ich das ernst, was ich verlange von Allah subhanahu wa ta'ala? Meine ich das ernst oder nehme ich das nicht ernst? Wenn ich vor Allah stehe und ich rezitiere sein Buch und ich spreche mit dem Herrn, wenn ich in der nächsten Stelle bin, bei Allah subhanahu wa ta'ala, bei der nächsten Stelle sagt der Prophet der Shudud, das Akram und Maka' der näherste Platz, der näherste Stelle zu Allah ist der Shudud. Wenn du dir niederwürfst und du bist dann der näherste Stelle zu Allah, was verlangst du? Was willst du von Allah? Und dann versuchst du die Niederwerfung so schnell wie möglich zu vollziehen und verpasst die nächste Stelle. Wenn ich sagen würde, wenn jemand ein Vorhaben haben würde, er hat ein bestimmtes Vorhaben, er will eine bestimmte Sache erreichen und damit er diese Sache erreicht, gibt es einen Mensch, ich sag zu dem, bei diesem Mensch kannst du das erreichen. Würdest du, wenn ich dich zu der näherste Stelle, am nächsten zu diesem Mensch bringen würde, würdest du nicht viel Zeit dafür bringen. Du brauchst Informationen von diesem Mensch, du bist abhängig von diesem Mensch, dieser Mensch ist der Grund, warum du vielleicht dein Ziel erreichen kannst. Jetzt bringe ich dich zu der näherste Stelle an diesem Mensch. Würdest du nur eine Minute dastehen bleiben? Würdest du nur 50 Sekunden dastehen bleiben? Oder würdest du Zeit verbringen, um dein Ziel zu erreichen? Wie viel Zeit verbringst du zu subhanahu wa ta'ala, während du an der ersten Stelle zu Allah bist? Oder ist es immer so, dass wir Allah verlangen, oder von ihm verlangen, wenn es uns schlecht geht? Dass wir den Koran nur kennen, wenn wir Probleme haben? Dass wir nur das Gebet kennen, wenn es uns nicht gut geht? Wenn mein Kind krank geworden ist? Oder wenn etwas anderes passiert? Diese Frage, liebe Geschwister, muslimi uns ständig stellen, weil wir in allen uns muslimat. Denn die Jugend wird vergehen. Deswegen, frag mal die Leute da draußen. Aber frag die mal, was bedeutet Westside Connection? Vielleicht älterer Leute wissen, ja, man lacht, weil man das kennt. Sofort weiß man. Aber kannst du auch Iman erklären? Kannst du das Wort Iman erklären? Kannst du nicht. Aber Westside Connection kannst du erklären. Frag sie, ob sie Sahaba kennen. Nenn den Namen der Gefährten des Propheten, Mohammed, weil vielleicht das Wort Sahaba gar nicht verstehen. Die werden dir keine Gefährtennamen sagen können. Die werden dir keine Gefährtennamen sagen können. Frag sie nach Fußballer von FC Bayern München. Frag sie nach Fußballer von einer anderen Mannschaft, von FC Barcelona. Die werden dir sagen, so schlimm ist es momentan. Aber Al Iman wissen sie nicht, was das bedeutet. Und dann siehst du, Muslimin in unseren Ländern nachher, Algerier, Ägypter, spielen gegenseitig und hauen uns die Köpfe ein. Wegen 22 Leute, die einen runden Ball hinterherlaufen, hassen sich füreinander. Dabei sagt Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna wal mu'minati ba'abuhum awliyabad. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind sich gegenseitig beschönigend. Sie haben nie gelernt was die Moschee bedeutet. Weil der nie gelernt hat, was er in seiner Fatiha, wenn er Allah anbetet, wenn er Allah zu Allah spricht, hat kein Sohn und eine Tochter nie gelernt, was er sagt. Lerne auswendig. Und du bist zufrieden, wenn er auswendig gelernt hat. Aber vielleicht kommt was davon, weil du selber nicht weißt, was du verlangst. Weil du selber nicht verstehen wolltest, was du zu Allah sprichst. Und ich rede nicht die Übersetzung, die Bedeutung zu wissen. Dass wenn ich sage, was da drin steckt, jetzt geht es nicht darum, die Bedeutung zu verstehen. Genau wie La Ilaha viele können übersetzen, auch wenn sie es falsch machen. Was verstehst du von dieser Schahade? Was verstehst du unter La Ilaha La Ilaha Wie viel Schurut hat La Ilaha Weißt du das? Wie viele Bedingungen? Wie viele Bedingungen hat La Ilaha Ilaha Bedingungen? Das heißt, es muss da sein. Ein Schurten muss da sein. Die Bedingung muss da sein. Wenn die Bedingung nicht da ist, dann hast du ein Problem. Aber das ist das, Brüder. Doch gehen wir uns in alle anderen Dinge aus. Aber in das, was wir tragen, nach dem, was wir uns benennen, haben wir 5% anderen. 5% anderen. Und deswegen, liebe Geschwister, muss man uns diese Frage stellen. Und ob es uns anspricht hier im Raum oder nicht, gibt es Leute, die es diese Sache anspricht. Vielleicht sagst du, Bruder, ich habe viel gelernt und ich lerne jeden Tag. Maschallah, Allah, kein Problem. Aber du kennst bestimmt ein oder zwei, die das nicht tun.